Magen-OP, Nahrungsergänzung, was muss ich überhaupt einnehmen? Ihr Lieben, für alle, die ein Magen-OP haben, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so überhaupt an Nahrungsergänzungen nehmt. Also, ich werde ganz häufig gefragt in der Praxis. Ich bin die Rose Fröhlich, Dehätassistente mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Und zwar die Fragestellung immer wieder von den Patienten mit Magen-OP, muss ich Nahrungsergänzungen nehmen oder nicht? Ihr Lieben, da draußen, ja, müsst ihr. Beim Schlauchmagen, beim Bypass, bei Ru-Anastomose, je nachdem, was ich jetzt für eine OP habe, bei Omega Loop, ist das Ziel, Nahrungsergänzungen zu nehmen. Leider zahlt die Krankenkasse das nicht, das müsst ihr sozusagen selber zahlen. Also, was brauchen wir? Wir brauchen in der Regel 1200 bis 1500 Milligramm Calcium-Citrat. Das Citrat ist zum Beispiel hier in so einem Blister drin, als Tablette zum Einnehmen. Das Calcium-Citrat gibt es aber zum Beispiel auch in so Soft-Jew-Bonbons oder es gibt es zum Beispiel auch in so Kaubonbons oder natürlich auch in Kapseln zum Schlucken. Das Calcium-Citrat beim Schlauchmagen 1200. Denkt dran, ab 2019 sind die erhöht worden in den Leitlinien, die Empfehlung. Und wichtig ist es, dass es Calcium-Citrat ist, weil das Calcium-Citrat über den operierten Magen besser aufgenommen wird. Das heißt, bei einer Magen-OP Calcium-Citrat. Und ich muss immer gucken, auch großer Fehler, wir kaufen ja Calcium-Citrat mittlerweile überall. Und ich muss dann immer schauen, wie viel ist pro Kapsel drin. Es ist nämlich so, wenn die Kapsel zum Beispiel 500 hat oder die Tablette 500 hat, ich brauche draußen 500 Milligramm beim Magen-Bypass, dann muss ich drei Stück pro Tag nehmen. Kann ich eine morgens, eine mittags, eine abends nehmen, zum Beispiel. Wenn ich aber in der Kapsel nur 250 drin habe, dann, und dafür müsst ihr die Verpackung oder in den Bildern, bevor ihr das kauft, einmal euch genau belesen, wie viel Calcium-Citrat wirklich drin ist. Weil ich erlebe es immer wieder, die Leute kaufen sich günstig irgendwelche Kapseln, in Wirklichkeit haben sie in der Kapsel nur 250 drin. Und wenn ich dann 1000 Milligramm brauche, muss ich ja, oder 1200, muss ich dementsprechend mehr nehmen. Dann brauche ich plötzlich zehn Stück und dann ist das auch nicht mehr billiger. Also an den Stellen, ihr Lieben, immer gucken, was ihr pro Kapsel habt. Also 1200 bis 1500 Milligramm Calcium-Citrat, 1200 beim Schlauchmagen, beim Bypass 1500 und beim Omega-Loop mindestens 1500. Dann ist es so, da könnt ihr aber immer in euren Entlassungsberichten gucken, an dem Tag, wo ihr operiert wurde und aus der Klinik, an den Tagen, wo ihr in der Klinik wart und später entlassen werdet, im Entlassungsbericht sollte eigentlich eine Information dazu stehen. Zu dem Calcium-Citrat kommt dann immer noch ein Multi-Präparat drauf. Das Multi-Präparat wird beim Schlauchmagen einer genommen, beim Bypass zwei. Natürlich können sich diese ganze Nahrungsergänzungen auch verändern, wenn ich den Magen-OP habe, wenn ich einen Mangel habe. Hier geht es jetzt erstmal um die Grundeinstellung. Also ein Calcium-Citrat und ich brauche ein Multi-Präparat. Eine beim Schlauchmagen, zwei beim Bypass. Wenn ich aber mehr brauche, schaut in die Entlassungsberichte, da steht es drin. Sollte es drinstehen oder fragt euren Arzt, der euch da im Adipositas-Zentrum betreut. Es ist also so ein Multi-Präparat und jetzt geht es in die große Schwierigkeit. Das Multi-Präparat kann sein, dass es mit Eisen ist, also dass ein Eisenanteil hier schon drin ist, oder dass man ein separat, ich habe das jetzt nicht da, aber kleine Eisentabletten separat dazu hat. Es gibt von den Herstellern immer Probe-Pakete, wo ihr tatsächlich, ich kriege hier übrigens nichts für, sondern ich will euch nur erklären, was da passiert und wofür ihr es braucht. Das heißt, die Probe-Pakete von den Herstellern für Magen-OP-Nahrungsergänzungen haben dann immer Multi-Präparat, haben eine Calcium-Citrate und manchmal in einer anderen Dosierung, wie zum Beispiel Soft-Juice oder auch Kautablette. Und so gibt es auch den Multi, also das Multi-Präparat als Kautablette, das Multi-Präparat als Soft-Juice, also weicher Bonbon zum Kauen oder ich kann es schlucken. Und wichtig ist, wenn ich jetzt etwas habe, was ich nutze mit Eisen, dann gibt es viele, denen wird schlecht davon. Die nehmen die Multi mit Eisen, schlucken die runter und bumms, wird denen schlecht, weil das Eisen im Magen aufgeht. Da ist es so, dass man an der Stelle das Multi ohne Eisen nutzen kann und das Eisen separat nimmt. Und dann gebe ich immer den Tipp, das Eisen soll nicht mit Milchprodukten zusammengenommen werden. Dann kann ich das Eisen zum Beispiel abends vom Schlafen gehen nehmen. Wenn ich die Multi mit Eisen vertrage, will die aber nicht zu den Milchprodukten haben und ich ja tagsüber so viele Eiweißquellen essen soll, dann kann man die Multi auch abends vorm Schlafen gehen nehmen. Es gibt also die Empfehlung, Metalle nicht zusammen, sorry, wackelt hier gerade, die Metalle nicht zusammen, also Eisen und Calcium zum Beispiel nicht zusammen. Das heißt, das Multi-Präparat mit Eisen kann ich aber zusammen nehmen und das Calcium-Citrat würde man dann separat für sich nehmen. Das heißt, ihr müsst gucken, dass ihr die Eisengeschichte losgelöst vom Calcium habt. So, und wenn ich jetzt Kautaublätter habe, kann ich die ja kauen. Beim Calcium gibt es manchmal noch die Empfehlung, das Calcium nicht zusammenzunehmen, deshalb sozusagen das Calcium-Citrat aufzuteilen. Wenn ihr bestimmte Präparate kauft, kann da Calcium-Carbonat drin sein oder ein Multi-Präparat aus dem Supermarkt kann auch eventuell nur Carbonat drin haben, dann ist es kein Citrat. Und aufgrund der erhöhten Magensäure oder der veränderten Magensäure im Magen wird das Calcium-Citrat bei einem operierten Magen besser aufgenommen. Also ihr Lieben, ihr wisst, was ihr jetzt machen sollt. Calcium-Multi-Präparat, Multi mit Eisen oder Eisen separat und in welcher Konsistenz ich das nehme, ob Kautablette, ob Soft-Jew oder ob ich das schlucke als Kapsel oder als Tablette, könnt ihr ja selber entscheiden. 1200 bis 1500 Milligramm, beim Bypass eher die 1500 Calcium-Citrat und bei den Multi-Präparaten zwei, beim Schlauchmagen mindestens ein Multi-Präparat und mindestens 1200 Milligramm, das wären zum Beispiel bei 500, ja mindestens zwei Stück, 1200 Milligramm Calcium-Citrat beim Schlauchmagen. Also ihr Lieben, und beim Omega-Loop ist das erhöht, da hat man auch diese 1500. Manchmal in den Entlassungsberichten könnt ihr reingucken, steht genau drin, was ihr für euren Schlauchmagen oder Bypass nehmen solltet. Die Leitlinien sind in der Regel alle mittlerweile gleich. Manchmal könnt ihr auch bei den Herstellern für Nahrungsergänzungen beim Magen-OP die Leitlinien finden sozusagen. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen was gelernt an all meine Patienten da draußen, liebe Grüße. Warum, fällt mir gerade noch ein, warum muss ich denn das überhaupt nehmen? Ich muss das nehmen, das Calcium, damit das Calcium nicht aus den Knochen genommen wird und keine Zähne locker werden und aus den Zähnen genommen wird und aus den Knochen wegen der Osteoporose. Leute, es ist zu spät die Stunde hier, ne? Irgendwie. Also nochmal, warum das Calcium-Citrat? Weil es nicht aus den Zähnen rausgenommen werden soll, dann kann ich einen lockeren Zahnstatus kriegen und auch nicht aus den Knochen, weil dann kann ich Osteoporose kriegen. Und daher bitte, ihr Lieben, nehmt alle eure Nahrungsergänzungen, ja? Auch wenn es schwerfällt. Das Multipräparat brauche ich für Haut, Haare, Nägel. Da ist Vitamin B drin für die Nerven und wir erleben es immer wieder, dass Patienten, die ihre Nahrungsergänzungen nicht nehmen, Polyneuropathien kriegen in den Füßen, in den Händen. Wenn nämlich der Vitamin-B-Anteil runtergeht und zu niedrig ist, kann auch Müdigkeit entstehen. Die kann natürlich auch durch Eisen entstehen, aber an der Stelle ist es sozusagen wichtig. Also daher, ihr Lieben, ich kann es euch nur anraten, nehmt die richtige Menge Calcium-Citrat und Multipräparat und eventuell noch Vitamin D, wenn ihr noch was anderes braucht. Da sagt euch der Entlassungsbericht oder auch die Laboruntersuchung ja auch noch mehr. Ich hoffe, ihr habt jetzt den Grundstock mitbekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Kleines Herzchen für euch. Und dann bis zum nächsten Mal. Und eure Fragen schreibt mir gerne in die Kommentare.